Jo mein Freund und was geht, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute eine neue Runde Fortnite PC Royale, beziehungsweise keine neue Runde, sondern wir, beziehungsweise ich zeige euch heute einfach mal meinen Spind. Ich kaufe mir wirklich, lol, 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 verbuggt, 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 niceness, ähm, komplett verbuggt. Ich hab das noch gar nicht so, aber es wird ein bisschen angezeigt, richtig nice. Ähm, und zwar, ähm, vielleicht wissen es nicht viele, beziehungsweise ich bin jetzt auch nicht so bekannt auf YouTube, aber ich kaufe mir nicht viel Skins, äh, beziehungsweise generell kaufe ich mir nicht allzu viel. Und, ähm, ja, deswegen, äh, wollen wir halt einfach mal gucken, äh, beziehungsweise wollen wir einfach mal schauen, wie mein Spind so aussieht. Wir fangen einfach mal bei den, ähm, ja, bei den Outfits an und ihr seht schon, ich hab einige Skins, ähm, nicht unbedingt die teuersten, vielleicht, äh, jetzt auch nicht so viel reingepayt, aber wie zum Beispiel alle anderen, die dieses Video machen. Aber trotzdem einige erwähnenswerte. Äh, ich erwähne jetzt nicht alle, weil ich nicht alle nice finde, beziehungsweise einige auch in Fehlkauf waren. Ähm, zum Beispiel der Carbite finde ich gar nicht nice, ich finde, der macht gar nichts. Ähm, Blockstar Saskin überspringen wir auch, weil der ist absolut hässlich. John Wick aus Battle Pass Season 3, glaub ich, am Ende von Season 3, ja doch, am Ende von Season 3 kam der raus, äh, nen extremst, extremst, äh, geiler, ich mach mal kurz das Backpack weg, dann können wir, beziehungsweise, dann, äh, können die, warum geht das Backpack nicht weg? Es geht nicht weg, okay, dann machen wir, so. Ach, egal, dann lassen wir das Backpack jetzt einfach dran, äh, zumindestens, ähm, der John Wick von Season 3, extremst, extremst nicer, ähm, äh, Skin, vor allen Dingen in Kombination mit den Flügeln sieht er schon nice aus. Dann der neue Skin, der Drift Skin, ähm, auch nen schönen Skin, ich spiel den, äh, tatsächlich mit dem Backpack von dem Rambock aus, äh, auch aus dem Battle Pass. Ja, äh, der Skin macht auf jeden Fall schon was her, vor allen Dingen, wie ihr es auf jeden Fall schon, äh, etwas vorher gesehen habt. Ich kann euch nochmal ein Bild einblenden, wenn, äh, er auf maximaler Stufe ist, sieht er absolut geil aus, mit dem Umhang und den Blitzen. Dann auf jeden Fall, äh, der dunkle Reisende, ähm, ich finde, der sieht wirklich sehr, sehr schön aus, aber, ähm, ich finde, der macht auch so was Mystisches, hat so eine mystische Art, auch daher, dass das Visier komplett verdunkelt ist, man dort also nicht sieht, ähm, leuchtet meiner Meinung nach aber ein bisschen zu hell. Weil ich in letzter Zeit vielleicht aber trotzdem mal wieder spielen, leuchtet zwar ein bisschen hell, aber ist auch gut, das zieht Gegner ein bisschen an, kann man vielleicht ein paar High-Kill-Rounds machen. So, dann, äh, den Liebesranger, ähm, ich habe ihn mir wirklich nur gekauft wegen den Flügeln, weil an sich der Skin, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er komplett aus Stein wäre, dann würde ich ihn, glaube ich, auch spielen, aber, gut, es ist Valentinstag, äh, man weiß ja, Rot, Pink, das sind so eine Farben, die gehören zur Liebe dazu, deswegen auch auf jeden Fall. Diese pinke Hose. Gut, ich habe mir jetzt, wie gesagt, nur Veneflügel gekauft. Omega, auf jeden Fall auch einer, ähm, der wirklich, äh, Skins, die mich auf jeden Fall beeindruckt haben, ähm, extremst geil, auch mit diesen Farben-Changen und, ähm, finde ich auf jeden Fall nice. Dann, äh, den Schwarzen Ritter, das ist mehr so ein Schwitzer-Skin, muss ich sagen, äh, denn, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das ist von der ersten Season Battle Pass, die überhaupt rausgekommen ist, glaube ich, äh, spiele ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne, vor allen Dingen mit den neuen Backpacks, die jetzt auch rausgekommen sind, beziehungsweise die noch rauskommen, oder in Kombination mit den Flügeln, sieht er auf jeden Fall nicht schlecht aus. Gut, Whaler-Frau brauche ich nicht viel zu, äh, zu sagen, ich habe die nur einmal gespielt, ähm, brauchen wir nichts sagen. So, dann, äh, den abtrünniger Agent, ähm, gut, sieht nicht schlecht aus, habe ich bis jetzt aber auch nicht so oft gespielt, beziehungsweise spiele ich fast gar nicht, ist dieses 5-Euro-Angebot, habe ich mir eigentlich auch nur gekauft wegen den 600 V-Bucks. Dann, der blaue Raser, ähm, extremst, extremst leise Skin, ist meiner Meinung nach der beste PS4-Skin, äh, habe ich jetzt aber auch nicht so oft gespielt, aber vielleicht werde ich den in nächster Zeit auch, ja, etwas öfter zocken. Äh, dann haben wir hier auch noch sowas wie Elite-Agentin, extremst, äh, der Schwitzer-Skin, finde ich, denn, äh, die nächsten Skins, die sind alle nicht so heftig, hier auch nochmal der neue Skin, finde ich aber auch nicht ganz so heftig, obwohl ich den, äh, in Kombination mit dem Backpack, auch nicht schlecht finde. Ja, dann haben wir hier noch den Kriegsfalken, äh, passt auf jeden Fall das Backpack auch dazu, aber habe ich, wie gesagt, auch noch gar nicht gespielt, auch die beiden Astronauten hier noch gar nicht gespielt, Rost, äh, Meister, fast gar nicht gespielt, den, äh, Skiprofi von Deutschland, ähm, habe ich mir einfach nur so gekauft, weil da war das Feeling einfach gerade am Start, auch das Backpack, äh, finde ich, äh, extremst hässlich, da finde ich das Backpack zum Beispiel von dem Kanada-Skin davon extremst nice. Dann auf jeden Fall Tenique, auch nicht heftig, habe ich fast gar nicht gespielt, Zoe, gar nicht, ich hab die, ich kann mich nicht einmal dran erinnern, wo ich die Zoe gespielt habe, weil ich die absolut heftig finde. Blauer Knappe, finde ich nicht nice, denn, ich überspringe einfach mal kurz den Farbbomber, es gibt die weibliche Version und die weibliche Version davon finde ich viel, viel nicer, die macht, finde ich, besseren Eindruck. Dann den Farbbomber, ich hab ihn damals, ich hab mir als, das allererste Mal, wo er im Shop war, hab ich mir den gekauft, weil ich schon die Fehler gemacht hab und den, ähm, ja, den, äh, Skeleton-Skin nicht gekauft hab, den, ähm, Skeleton-Trooper, den Skull-Trooper, so heißt der, hab ich mich gekauft, da hab ich mir so gedacht, oh ja, Farbbomber, sieht heftig aus, wird hoffentlich auch nicht nochmal in den Shop kommen, ist denn aber jetzt so ausgelutscht, weil er so oft im Shop war. So, dann, die Schnorchel-Obs, ähm, haben sich wahrscheinlich auch nicht so viele gekauft, aber ich finde den Skin sehr, sehr nice, in Kombination mit den Flügeln, einfach nur richtig, äh, schön anzusehen. Dann, die Waffenexpertin hab ich mir auf jeden Fall beim ersten Drop gekauft, wo sie rauskam, ähm, extremst, extremst nicer Skin, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, leider wieder öfter in den Shop gekommen, sodass er ein bisschen ausgelutscht da wurde, aber trotzdem sehe ich den gar nicht eigentlich auf dem Spielfeld, ähm, finde ich trotzdem ein sehr, sehr niceer Skin, auch jetzt mit dem Backpack wieder, ähm, ich hab ihn eine Zeit lang mit den Flügeln gespielt, aber ist nicht ganz so eine nice Kombination. Dann auf jeden Fall noch den Pai-Chen-Heap, beziehungsweise, wie ähnliches ich ihn nenne, die Taxifahrerin. Wenn ich diesen Skin auf dem Spielfeld sehe, hab ich immer direkt Respekt vor und, äh, plane mich schon darauf ein, dass ich in einen heftigen Baufight gehen muss, ähm, denn diese Skins sind meistens nicht schlecht, äh, ich find, das Outfit ist auch sehr, sehr gut, äh, gestaltet so, in Kombination mit den Flügeln, absolut heftig. Und, äh, ja, den Trooper da, das war der größte Fehlgriff, den ich gemacht hab, brauch ich nichts weiter dazu sagen. Kommen wir zu den, äh, Backblinks, und zwar, äh, haben wir auf jeden Fall immer die dunkle Materie zu dem dunklen Reisenden dazu gewesen, find ich ein extremst, nices Backpack, passt aber nicht zu allen Skins, nur zu einigen. Ähm, dann, ähm, ja, das Backpack, ne, das von, äh, dem, von dem Blockbuster-Skin, das Backpack geht sogar noch, aber der Blockbuster-Skin, ich hoffe, dass dieser Blockbuster-Skin, beziehungsweise der verborgenen Skin, der jetzt drin ist, äh, besser wird. Dann auf jeden Fall das schwarze Ritterschild in Kombination zum Beispiel mit dem Omega-Skin, äh, ne extremst nice Variante, äh, ist auch so ein bisschen schwitzermäßig, dann die Flügel, wie gesagt, ähm, extremst nice, auf viele Skins gut zu sprechen, ähm, dann haben wir hier auf jeden Fall noch den Astro, das Astro-Backpack, nicht ganz so meins, dann blauer Turbo, das ist das Backpack von dem PS4-Skin, auch nicht ganz so geil, dann, äh, den Funker, das, äh, Backpack find ich extremst nice, find ich Kombination zum Beispiel mit der Munitionsexpertin, oder dem Rambock, äh, der ja, äh, bei, äh, bei Battle Pass Stufe 71 kommt, extremst nice. So, dann haben wir hier noch zum Beispiel die Rostlaube, muss man sich einfach holen wegen Null V-Bucks, aber die restlichen Backpacks sind nicht ganz so nice, also feiere ich jetzt wirklich nicht so heftig. Kommen wir zu den Spitzhaken, da habe ich jetzt auch nicht so viele, aber wir fangen einfach mal an. ACDC, das ist wirklich, äh, die Hacke, äh, die macht wirklich absolut was aus, ich weiß, das war von, äh, Battle Pass Season 1, das letzte, der letzte Gegenstand, den man kriegen konnte, habe ich richtig drauf geschwitzt, ist meiner Meinung nach ein bisschen laut, wenn der Sound ein bisschen leiser wäre von dieser Hacke, würde ich die Hacke absolut feiern, aber will ich vielleicht in nächster Zeit auch etwas öfter spielen, denn diese Hacke haben wirklich nicht viele, meiner Meinung nach, einer der seltensten Hacken, die es gibt. Und dann die Omega-Hacke, ähm, ich finde schade, dass man hier nicht die Farben, äh, changen kann, denn würde man das nämlich etwas besser an den Omega-Skin anpassen können, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Omega-Skin in lila spiele, möchte ich auch, dass eine Hacke dazu ist, die dazu passt, und wenn ich lila und rot kombiniere, sieht das absolut scheiße aus, deswegen spiele ich diese Hacke eigentlich, äh, fast gar nicht mit dem Omega zusammen. Gut, dann haben wir hier noch, äh, die Ausborthacke, extremster Reinfall, finde ich scheiße. Dann, äh, Bleistift HB, auch einer meiner Favorite Hacken, spiele ich extremst, extremst oft, und, äh, ja, kommen wir zur nächsten, die Axt-Kalibur, die war, äh, vom Battle Pass Season 2, glaube ich, extremst nice, spiele ich auch etwas öfter mal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Drachen-Axt, habe ich einfach so gekauft, dann ein paar Äxte, die sind jetzt nicht, die jetzt nicht ganz so nice sind, aber, ähm, dann haben wir zum Beispiel auch den Eisbrecher, der ist auch extremst nice, habe ich mir auf jeden Fall auch gekauft, war auch lange nicht mehr im Shop, beziehungsweise auch eine ganz seltene Hacke, und, ähm, ist auch extremst nice, macht auch wirklich geile Geräusche. Dann haben wir noch glücklich die Hacke, äh, finde ich auch übelst nice, einer meiner Favorite Hacken, definitiv, und die Standard Hacke, äh, ist auch eine ganz witzige Hacke, spiele ich manchmal auch. So, dann haben wir noch einige Gleiter, davon finde ich wirklich diese oberen Gleiter, Süßkram hatte ich mir damals gekauft, der war auch nur einmal im Shop, habe ich mir damals gekauft, weil der einfach extremst nice aussah, spiele ich vielleicht in nächster Zeit auch wieder, man weiß es nicht. Nice finde ich auf jeden Fall den hier, den, äh, Entschleuniger, aber ansonsten, äh, den Marco-Skin haben auch sehr, den Marco-Gleiter haben auch wirklich sehr, sehr viele nicht, weil das war ja aus, äh, wirklich Season 1, aus der Season 1, bevor es den Battle Pass gab, äh, ja, den konnte man nur mit einem Level freischalten, und ansonsten, finde ich, ähm, ist meiner Meinung nach der beste Hängegleiter der Standard-Regenschirm, trotzdem spiele ich jetzt erstmal den hier. So, dann, äh, ganz ehrlich, da muss ich sagen, kann ich strikt sagen, bei den, ähm, bei dem Fallstil, beziehungsweise hinten, was da rauskommt, finde ich Feuer, und, äh, diese Bläschen, extremst nice. Bläschen spiele ich fast nur in Kombination sogar mit dem, mit der Schnorchel-Obs, weil die Schnorchel-Obs halt einfach, ähm, das passt einfach dazu. So, kommen wir zu den Bannern, da brauche ich nicht viel zu sagen, ich spiele gerade das, ich finde alle einfach extremst nice, aber, da möchte ich euch hier zeigen, wirklich ein Banner im Battle Pass, was meiner Meinung nach das geilste Banner ist, was man wirklich kriegen kann, und zwar hier, hochexplosiv, das Banner. Das ist das geilste Banner, was wir kriegen, darauf freue ich mich auch schon, das werde ich die ganze Zeit nur haben, und da ist auf jeden Fall auch der Lenkraketenwerfer, das heißt, wenn der Hochexplosiv-Modus wieder rauskommt, heißt es dann, dass der Lenkraketenwerfer, äh, auch wieder reinkommt, für den Hochexplosiv-Modus auf jeden Fall, wir haben ein extremst, extremst nicer, ähm, Banner, meiner, mein Favourite-Banner, und was ich noch sagen will, und zwar, ähm, diese Axt, die, äh, Rissklinge, eine so geile Axt, ihr seht schon 51.000, mir fehlt noch ungefähr die Hälfte, dann habe ich die Axt auch freigeschaltet, und ganz ehrlich, ich will die Axt haben, die sieht so geil aus, die sieht unendlich geil aus, feiere ich. Ja, bei den Emotes, äh, ich finde diese Standard-Emotes, da finde ich das einzig geile Emote, ich finde so Winken oder so, oder dieses Salud oder Respekt, das ist einfach zum Trollen, das einzig geile, was ich hier wirklich finde, ist, äh, wo haben wir es, also erstmal dieses Ass, das ist auch nice, und dieses 200 IQ, ähm, aber ich weiß gerade gar nicht, da ist es, 200 IQ, das ist auch extremst nice, Jubelstimmung auch, äh, wirklich nice, und sonst haben wir hier, äh, Roboter, äh, spiele ich fast gar nicht, Electric Shuffle, mein Favorite Dance, ähm, dann Groove Jam, da haben wir diesen Ballwerfen, finde ich auf jeden Fall auch extremst nice, so einige spiele ich hiervon auch gar nicht mehr, ähm, dann, äh, haben wir auch dieses Popcorn-Essen, ist so ein kleiner Disrespect, aber, naja, und ich würde sagen, das war's von Mario Spinnt, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr zum Beispiel, ähm, ja, was eure Favorites sind, zum Beispiel eure Favorite Skins oder so, und, ähm, ja, ich würde sagen, das war's vom Video, das ist gut, bis zum nächsten Video, ciao! Das war's vom Video, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.